Willkommen in der ersten Klasse. Das ist dir. Hallo! Das ist Frau Schickmann. Guten Tag! Schön, dass du da bist. Ich bin Frau Schickmann. Mein Name ist Frau Schickmann. Was ist dein Name? Lukas. Wada. Kai. Natsumi. Arturo. Martin. Anna. Nihal. Das ist Tiger. Das ist Tigers Schöntüter. Was ist in Tigers Schöntüter? Hm. Ja.